Moin Leute, herzlich willkommen zu der neuen Folge vom Glücksspiel-Simulator, denn, meine Damen und Herren, wir haben noch eine Rechnung offen. In der letzten Folge sind wir nämlich pleite gegangen und ich konnte gar nicht mehr alle Spiele hier ausprobieren. Wormhole, oder das ist mein absolutes Lieblingsspiel. Warum ist denn dieses riesige Stück Popcorn? Egal, hier klopfe ich meine Kohle rein. So, Kreditkarte, wie haben wir immer, 50 Dollar. So, wie läuft das jetzt? Ich schmeiß, ich drück hier drauf. Zack. Achso, dann kommt der Coin da einfach nur so raus. Okay, alles gut. Ich will wissen, was diese Karten mir bringen. Und warum sind ja Popcorn-Maschinen drin? So, noch, komm. Hau mal rein hier. Als ob. Der Coin hängt da fest. Noch mehr. Ich baller die jetzt. Ah, nee, warte. Ich darf die nicht. Oh, ich hab... Ah, weil ich das getroffen hab. Warte. Zack, Alter. Dann kann ich die verdoppeln. Bam. Junge, ich geh mit Redig-Kohle raus. Zack, rein da. Rein. Nee. Scheiße. Und jetzt. Yes. Und rein. Nein. Rein. Yes. Rein. Nee, was jetzt? Waiting? Ach, ich hab schon meine ganzen Coins verballert. Nee, 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 nee. Da geht noch mehr. Da geht noch einiges. Wir haben auch wenig Minus gemacht. Ja, ich will auf jeden Fall nochmal. Ach, das kostet mich auch nur einen Dollar. Okay. Zack. Ach, Mist. Jetzt. Jetzt. Was? Oh, 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 extra. Das muss doch jetzt alles mal einfach umfallen. Oh, let's go. Let's go. Bonus Tokens. Oh, da fällt doch das Money. Ja, aber... Wie, was bringt das? Collect all eight cards and win Peti Plush. Yo, ich will kein Peti Plush. Ich will hier Kohle. Das war bei den anderen aber immer anders. Bei dem anderen hab ich Geld dafür bekommen. Egal. Ich verballer jetzt noch meine restlichen Coins. Oh. Waiting for finally. Ja, ach komm, Alter. Weil bei der ersten... Falls ihr die anderen Glücksspielfolgen noch nicht gesehen habt, zieht sie euch rein. Da konnte man nämlich echtes Geld gewinnen. Jetzt spiele ich hier nur um irgendwelche... Also zumindest bei dieser Art von Maschine. Aber ist nicht schlimm. Wir haben nur zwei Dollar verballert. Ja, hier kann ich den auf den Kopf hauen. Und... Zack. Bam. 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 Komm. Auf die Fresse. Das hab ich tatsächlich auch schon mal gespielt. Man muss im Grunde genommen einfach den immer nur auf den Kopf hauen. Zack. Zack. Ey. Mann, warum seid ihr auf einmal so schnell? Ich... Ich... Und? 105 Tickets. Nice. Nochmal ganz kurz zur Erklärung. Man spielt hier eben um Tickets. Und die kann man dann einlösen gegen krasse Preise. Ist hier drüben eine Kartbahn? Darf ich auch? Warte, hier mal eine Karte rein? Wie krass ist das denn? Let's go. Oder kann ich hier auch... Kann ich hier was gewinnen? Hier, an dem ziehe ich locker vorbei. Fährt sich gar nicht so schrecklich. Au. Boah, das hat jetzt aber relativ viel gekostet. Ich hab nur noch 41 Dollar. Wird meine Zeit denn jetzt schon gezählt? Ne, jetzt scheinbar, oder? Ich bin auf jeden Fall wesentlich schneller. Ey. Verpiss dich, Junge. Du blöder Roboter. Junge, wie er mich einfach ausbremst. Mann, jetzt... Junge. Hat dich bringe um. Mann, ey. Ich hab meine ganze... Ganze Zeit zerstört. Und der fährt auch die ganze Zeit... Der macht mich komplett verrückt. An dem ziehe ich jetzt innen vorbei. Halleluja. Der andere war aber schon ein ziemlicher Assi. Bestlab 27. Oh, das war jetzt eine 25. Mann, wenn die einfach mal weggehen würden, dann wäre ich auch wesentlich schneller. Weil, die bremsen mich schon irgendwie die ganze Zeit aus. Wenn ich einfach mal... Jetzt. Jetzt hab ich niemanden vor mir. Das ist doch mal richtig gut. Jetzt haben wir sogar eine 24er hinbekommen. Oh, das war schon eine richtig gute Runde. Das war fast flawless. Und... Und... Zwei... Damit... Krass, Platz zwei. Hinter Lil Doogie. Okay, eine... Also, ich wärme mich jetzt hier nochmal auf. Und dann versuche ich nochmal jetzt den Rekord zu brechen. Aber das war schon echt krass. Was kriege ich denn dafür? Ich muss hier irgendwie ein Ticket oder so geschenkt bekommen. Und let's go. Oh, wieder einer vor mir. Ja, da kann man's an sich schon knicken. Ja, ja, okay. Äh, Exit Ride. So, Sir, ich war krass. Kriege ich was? Nicht? Schade. Was feiert ihr hier für eine Party? Was ist denn los mit euch, Alter? Was ist hier oben? Laser Zone? Was für eine Laser Zone? Ach, Laser Tag. Okay, wir müssen gegen... Gegen Team Rot. Wir schaffen das. Angriff. Da ist einer. Hab dich. Hä? Hab dich doch. Ach, das muss neu aufladen. Hab dich. Und. Hab dich. Hä? Nein. Hab. Wie muss ich denn zielen? Ah, ich muss ein bisschen weiter nach unten zielen. Hab dich. Hab dich. Hab dich. Hab dich auch. Ich... Leute, ich hab euch eigentlich alle. Was ist das denn hier für ein Verarsche? Äh, sorry. Hier möchte ich definitiv mein Geld zurückhaben. Thanks for playing. Ja, lasst mich doch bitte hier raus. Hab dich. Mann, ey. Ich hab keinen Bock mehr hier drin zu sein. Jetzt lass mich, lass mich hier raus. Ist jetzt gleich vorbei. Halleluja. Ja, wir haben die anderen. Yo. Wir haben acht, neunhundert Punkte. Round Finish. Ach, dafür hab ich neunhundert Tickets bekommen. Als ob. Das ist halt überkrank. Neunhundert Tickets ist echt richtig viel. Was geht hier ab? Ach so, ich hab hier so einen kleinen Ball. Okay. Das. Huh. Und der muss jetzt da rein. Und dann krieg ich 25 Tickets. Aber wie viele Bälle... Ach so, ich hab drei Bälle. Boah, ey. Das war ja mega beschiss. Der ist wieder rausgefallen. Ach, Mann, ey. Bitte. Ein Ball noch. Zack. Ey, ganz ehrlich. Wie kann der denn da immer rausfallen? Ja, ich will nochmal. Das kann... Ey, ich zeig euch an. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Dass der da nicht drinnen bleibt. Ey. Das ist ja fast schon ein Beschiss. Also klar, jetzt wird er gerade abgeprallt. Da! Wie kann der denn so abprallen? Jawoll! 250 Tickets nochmal, Junge. Ach komm. Und dann wieder so ein Betrügerball. Das ist wirklich... Das ist ein ganz großer Betrug hier. Ja, toll. Play again? Nee. Da bin ich wieder. Du schöne Maschinen unter den schönen. Die 500. Ja. Vorsicht. Oh, 25. Und los. Ja, 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 ja. Fünf. Fünf oder? Fünf Tickets. Ja, ja, einer. Einer geht noch. Ja. Nee, falsche Seite. Ja, 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 ja. Oh. Ja, was soll ich denn mit fünf Tickets? Ja, noch einmal. Einmal nur so einen kleinen Lünen. Und? Ja. Oh. Zwei Bälle. Ja, zwei Bälle nochmal. Und los. Let's go. Nee, nee, nee. Nach links. Nach links. Oh, nee, warte. Ich hab ne Idee. Wenn ich jetzt hier gleich die Bälle hab. Fünf oder? Oh. Dann zeig ich euch die Maschine, die mich süchtig gemacht hat. Wir müssen mal raus. So, Exit. Und zwar gehen wir zu Larry's. Ah, ich hab wieder eine geile Limousine. Herr Fahrer, bitte lassen Sie uns einmal alle raus. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, ja, ja. Ihr müsst alle nicht so schreien. Ich bin's. Ich bin ein Paluten. Ja, es ist in Ordnung. Ja, herzlichen Glückwunsch. Da ist sie. Da ist meine Lieblingsmaschine. Da muss man immer zum richtigen Zeitpunkt drücken. Und dann gewinnt man die Kopfhörer. Und go. Man muss es praktisch stapeln. Und es wird immer schwieriger. Oh, nein. Jetzt hab ich nur noch zwei. Ja. Let's go. Oh, nein. Einmal noch einmal. Bitte. Let's go. Oh, nee. Da hab ich schon ein bisschen verkackt. Aber egal. Let's go. Pidizzle. Du. Nein. No. Ja, einmal bitte. Bitte. Einmal. Lecker. Schmecker. In. Mein Mundi. Ja. No. Komm. Okay, okay, okay. Kurze, kurze Pause. Einmal no. Hier, das ist die Coin Machine, die ich meinte. Hier bekommt man nämlich tatsächlich Kohle raus. Hier kann man, konnte man richtig viel Kohle machen. Obwohl, da steht auch wieder nur irgendwas mit Dunko. Ich muss mal gleich, ich baller hier mal komplett durch. Und dann gucke ich mir das gleich mal an. Weil man hat Geld bekommen. Warte mal, wir haben noch 18. Das können wir uns merken. Jetzt? Es bleibt bei 18. Vielleicht muss ich das da unten rausholen. Nee. Ich krieg nur diese... Als ob. Und hier vorne? Ja, hier. Hier ist das Ding. Oh ja. Ja, das sieht gut aus. Da gibt es nämlich einen Fünfer und einen Fidget Spinner. So, ich meine, wir sind mit 18 oder 19 Dollar gestartet. Jetzt holen wir hier aber mal ein bisschen Plus raus. So, wir gehen hier auch mal auf die Coins-Dinger. Sodass wir vielleicht mal hier das alles fertig machen. Ja, jetzt nochmal hier. Das S, bitte. Hey, da fällt das Ding noch durch. Oh, oh ja. Da gibt es schon mal ein bisschen Money. Den Fünfer. Fünfer Fidget Spinner. Die bringen Kohle. Und auch das Taschenmesser. So, ich will nochmal. Ich bin noch nicht... Es ist noch nicht vorbei. Ich verstehe halt... Ist das S... Ja, jetzt ist das S da. Jetzt Bonus. 50 Bonus-Tickets. Okay. Nimm ich. Ich will aber eher den Fünfer, weil dann mache ich Plus. Also zumindest an der Maschine. Ich muss hier... Es muss hier nur einmal flutschen. Ja? Ja? Let's go. 5 Dollar. Und dann gehe ich gleich einen weiter nach rechts. So, aber vorher ballern wir die ganzen Coins hier noch raus. Obwohl, wenn wir Glück haben, kriegen wir sogar noch das Feuerzeug. Let's go. Nochmal 2,50. Ja gut, aber ich glaube, hier haben wir jetzt gut Cashmash weggemacht. Ich glaube, ich werde mal hier die andere ausprobieren. Weil da gibt es noch mehr zu holen. Und zwar, wenn wir uns die beiden... Ja, hier stecken wir. Gib mal, bitte. Und wir werfen die eigentlich nur hier so links und rechts hin. Oh, der Fünfer. Der fällt. Achso, oh, ist schon wieder vorbei. Ja, schade. Aber egal, den Fünfer hole ich mir. Und wir machen... Ey, ich war bei 18 Dollar. Und wir sind bei... Let's go. Ach stimmt, die Tickets muss ich auch mal... Warte mal, ich mache mal kurz No. Die Tickets sollte ich hier mitnehmen, bevor die mir noch irgendeinen Larry hier klaut. Ja, ich meine dich. Verpiss dich. Verpiss dich, was willst du? Oh Gott, was hast du? Bam, Alter. Voll in die Fresse. Du auch da hinten. So, ich gehe wieder zurück zu meiner Lieblingsstelle. Bissmaschine. Hallo, ich bin wieder da. Hopp. Geilo. Bruder. Muss. Los. Oh nein, warum so ein Fehler? Oh Gott. Eins. Und zwei. Und drei. Vier. Fünf. Sechs. Oh. Let's go. Ja. Ja. Ne, ich will... Ich will den Major Prize. Ja. 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 Nein. Einmal, einmal noch, bitte. Was, was, was ist denn da los? Wieso schreien denn alle? Brennt's? Ist mir egal. Ich bleib hier im Gebäude. Die Sonne muss lachen. Die Sonne scheint. Ach Gott, was mach ich denn da jetzt? Ja, ich mein, das ist noch relativ einfach. Aber da oben rastet's halt komplett aus. Oh. Mann. Mann, ey. Kein Bock mehr hier. Ich will das hier nochmal. Ah, guck mal. Jetzt kann man hier sogar selber ein bisschen... Wie kann ich denn da oben... Ach so, das muss ich wahrscheinlich nochmal selber drücken, ne? Ach. Ach, was war das denn? Ach komm. Ja, ja. Das ist mir schon klar. Ah, ich muss selber die Höhe festlegen. So. Dann nach oben. Stopp. Das muss doch... Ach. Millimeter, ey. Okay, war da noch ein. Ah, ich glaub die oberen sind sogar noch mehr wert. Ja, ja. Bumm. Was? Ey, der war doch perfekt drin. Ich fahr mal nach ganz oben. Ich glaub man sieht den Kontrast bei dem goldenen halt sehr gut. Ja. Let's go. Boom. Als ob. Junge, das müssen doch die wertvollsten sein. Was kriegen wir? Wie viele sind das? Ah, da unten. Tausend. Ah, sitze ich schon wieder in der Limo. Und zwar will ich mal gucken, wie viele Tickets ich jetzt hab. Und wenn, will ich die hier beim UFO ausgeben? Ich glaub da gab's geilere Preise. Zumindest wenn man viel weiß, wenn man viel gegambelt hat. Mann, hör doch auf zu schreiben. Tee. Hallo. Ebi. Oh, hier ist ja auch noch ganz viel. Okay, das war ja echt viel Müll. Hab ich hier noch irgendwas liegen? Nee, gut. Gut, dann counten wir mal. Wir haben nur noch 2,50. Ey, was haben wir denn mit unserem Geld gemacht? Warum hab ich so viel verloren? So. Ich will jetzt was... Ich hab 2.500. Mann, ich möchte da... Das möchte ich. Mann ey, ich will das. Aber das Leben ist kein Wunschkonzert. Leute, das war's mit der heutigen Folge vom Glücksspiel-Simulator. Wenn's euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und danke fürs Zusehen. Haut rein. Ciao, ciao.